Und da bin ich wieder, hehe Gut, wir haben ein Ziel Da schippern wir hin Und da werden nur den Typen an sich nur Killen brauchen Hab ich mir gedacht, schippern wir auch in der Folge Ja, ja, ja In der Folge Weil Ist so eben Bevor ich jetzt dahin schippere Wir ihn dann haben, ihn kurz Kleiner zu machen und dann immer noch 13 Minuten Der Folgenzeit übrig haben Ist das auch irgendwie blöd Oh, ich glaub der ist kaputt Aber wenn andere kaputt machen Lassen die leider Nicht so die schönen Sachen fallen Ja und die blauen Sachen, das sind meine Verbündete Das sind meine Bros Ja, wir kommen ja auch schnell voran Wir sind ja nur noch 1700 Nur noch Was haben wir denn hier so Schönes zu hören Ach, es sind nur 1500 Wir hatten schon lange keine große Insel mehr gehabt, fällt mir grad ein Das ist echt heftig Anfangs kam die so Zack, zack, zack und jetzt überhaupt nichts mehr Ach, wir sind sogar schon da Oh Level 3 Feinde patrouillieren in die Feuer 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 Bereit zu fe... Sind bereit, Sir Feuer Wollte schon sagen, Level 3 Hä Wir haben uns, Captain Feuer Na, Captain, eine Seite genau da rein Feuer Bereit zu feiern, Sir Feuer Feuer Ah, dammit Ich bin's weit weg Wir müssen diesen Bereich neu aufbauen Feuer Ich muss mich auf jeden Fall reparieren Wenn ich mit den Typ hole Ha! Was? Ha, wie fies ist das denn? Der hat es nicht anders gewollt. Wir werden tot sein! Weg damit! Weg damit! Oh, das habe ich glaube ich gar keinen erwischt. Ich glaube ich habe gerade mein eigenes Crewmitglied kaputt gehauen. So, auf den Boden legen. Dann da gehörst du hoch hin. Was? So, das gehört sich nicht! So, das gehört sich nicht! Ah, wunderbar! Und hoch! Hui! Wieso kann ich denn nicht blocken? Wieso kann ich denn nicht blocken? Ja, ihr war in euren Köpfen! Ha! War wohl nichts mehr! Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich der Einzige bin, der hier Typen killt und die anderen mir einfach die Leute vorm Hals halten. Oh! Oh, 120 Holz! Nice! Das ist ja cool! Das ist ja mal sowas von cool! So langsam habe ich das Gefühl, uns fehlt nur noch... Wer denn? Legt die Hauptsegel in den Wind! Legt die Hauptsegel in den Wind! Langsam glaube ich, uns fehlt nur noch das Geld! Den Rest haben wir schon mal! Ja! Ja, muss mal gucken, da ich offscreen da noch ganz viel Rum und Zucker sammle! Wir müssen unsichtig sein! Diese Gewässer werden gut bewacht! Und damit, ähm... Damit ich dann wieder richtig Geld ansammeln kann! Warte, ich will mal kurz... Hier kann ich... Ah, ne... Aber hier kann ich gucken! No! Ha! 44 haben wir von beiden! Naja, da ist... Da ist nicht viel! So, und hier irgendwo ist der Spacko! Da hinten... Vielleicht... Oh nein! Ich glaube, ich weiß schon, wieso es Schwierigkeitsschufe 4 ist! Ach, 17... Das geht ja noch! Ah! Heee... Da 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 da... Da 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 da... Da da da... Auf dein Zeichen, Captain! Da da... Du 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 du... Du du du... Ah! Bleib nah dran, dann kann sie uns nicht rammen! Bereit zu feuern, Captain! Haha, war wohl nix hier! Noobs! Anbiet Geithaue! Feuer! Da bist du! Buckel! Buckel! Wir! Feuer! Wir sind im Gefecht! Süß! Ketten! Ein Buckelball! So was von... Fehl am Platz! Hehehehe! Feuer! Feuer! Ein Zeichen und die Unterhaken fliegen, Sir! So gehört sich das! Treff die Trab- und Brahmsägel! Feier! Ja! Feier! 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 Erreiche Sicherheitsabstand und schieße mit dem Mauser! Uwe! Uwe! We sind beschädigt! Feier! 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 Ich gucke Feuer! Feier! Sind bereits, Sir! Feier! Feier! Ja! Hähähähä! WeOh! Nein, werde ich nicht. Ich bin nur noch full life, Alter. Oh, da war glaube ich ein bisschen zu tief. Ja, ne. Hat noch gereicht. Oh. So, auf die hatte ich jetzt keinen Bock. Das reicht schon, wenn ich die anderen drei da erbeute. Ah, 19 Holz. Den Stoff, den kann ich ja eigentlich auch verkaufen. Fällt mir gerade ein. Ich habe die ganze Zeit, oh, ich habe ja schon so viel Stoff. Aber das kann ich ja eigentlich alles verkaufen. Warte, ich will mal kurz, einen Moment. Ja, 600. Ne, dann muss ich mal gucken, ob ich überhaupt noch Stoff zum Upgraden brauche. Ansonsten würde ich das nämlich auch alles verkaufen. Oh, wir fehlen uns ja nur noch die... Wir werden bluten. Dann fehlen uns nur noch... Wer ist, wie leid er denn jetzt entern? Ja, da... Okay. Das hier hoffe ich mal. Ja, das entert er. Weil dann fehlen uns echt nur noch die Pläne. Sagte er. Und hat fast kein Geld. Wir werden in eurem Blut warten. Okay, ich treffe hier überhaupt keinen. Ich habe den Kampf zu Ihnen. Halte Sie zu uns! Das macht Heißrutter aus hier! Wir fallen euch! Bäm! Und du gehst auf den Boden. Oder auch nicht. Das ist doch echt Kacke. Dass er die ganze Zeit immer wieder andere fixiert. Was? Dann eben so! Wo kommt der denn auf einmal hergerannt, Alter? Gemetzel! Geht doch! Erste Schiff geentert! Ich habe einfach mal vier Schiffe kaputt gemacht und ich muss mich nur nicht mal reparieren. Ja, okay. Und so ist auch die Ausbeute. Ah, ich kann mich nur... Ja, gut. Das sind ja Feinde, die ich ja vernichten soll. Da kann ich natürlich nicht fliehen lassen, ne? Um die, äh... Um den Bekanntheitsgrad zu senken und ich kann es auch nicht in meiner Truppe aufnehmen. Hm. Dum, 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 dum. Bereiten Sie uns zur Kollision! Welche Kollision denn? Ach so, von dem Schiff, das gerade gesunken ist. Noch ein Stück, noch ein Stück. Beeil dich, man, dicker, Alter. Du musst dir voll kaputt machen und so, ey. Na, aber ich hatte da ja ein gutes Gefühl, ne? Wir sind jetzt so bei sieben Minuten oder so. Ja, wahrscheinlich eher acht. Und wenn ich hier schon hinge... Schippert wäre auch screenender, Alter, dann hätten wir... Wäre ich jetzt ja schon durch mit der Folge. Wäre ich gar nicht, weil ich da noch die Zeit gemacht hätte. Braucht noch nicht mehr auf das Schiff drauf. So muss das laufen. Der ist doch cool. Das ist halt echt Style. Ja, schön. Wieder 25 Holz. Holz brauchen wir auf jeden Fall am meisten. Auch wenn wir zur Zeit auch sehr viel Metall brauchen bei den ganzen Upgrades, die wir noch haben. Aber dafür muss ich auch sagen, wenn wir mal so einen schönen Metallrekord haben, ne? Einfach mal so 120 dazu. Na ja, ist ja bei Holz eigentlich genauso. Wenn ich mir das so in der Nähe überlege... Und jetzt geht ein Zoll Segel! Ist das da eigentlich auch so? Los, ihr Faulfälzer, an die Schuhe! Siegt, holt die Landraten ein! Yeah, die Landraten! Und jetzt haben wir auch noch so viel Zeit übrig. Wieder nur vier Stück, die übrig sind. Schade. Oh, das war aber... There is no fun, Digga! Was? Du willst Streit? Du willst Streit? Oh, du willst auch geprüget werden? Denk mit dir! Nur noch einer! Yeah! Ja, ich habe einen mehr getötet. Ich habe elf getötet, nicht zehn. Oh! Apropos Metall! Das haben sie ja genau richtig aufgeteilt. Bei einem gibt es 55 Stoff, um 15 von dem anderen, bei einem anderen 55 Holz, um 15 von dem anderen und bei einem anderen gibt es um 50 Metall und 15 von dem anderen. Wenn man danach von allen 73 hat. Ja. Alle Hunde klar zu können! Ach, das ist jetzt erst das Kriegsschiff. Ach so. Okay. Trinkt jeden fetzen Stoff in den Wind! Groß- und Bramsegel! Ach so, ja gut, dann schaue ich das ja locker hier in der Folge. Will das abhauen? Ne, das kommt zu mir. Ah, das kommt zu mir! Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Jetzt! Jetzt! Oh! Jetzt! Ich verstehe, wieso Schwierigkeitsstufe 4 hat. Aber das ist mir egal! Oh oh! Nein, das ist mir nicht egal! Oh, macht der kaum Damage. Ah, der Dude macht kaum Damage! Ich muss mal kurz gucken, welches Level der hat. 29, oh oh! 29 nur! Hä? Der hat doch voll viel live! Na gut, so viele ist jetzt nicht mehr. Feuer! Der hat noch nicht mal den einen Teil kaputt gemacht. Feuer! Oh, wo schieße ich denn hin? Feuer! Feuer! Alter, können Sie sich wieder anbringen! Feuer! Feuer! Alter! Ich will euch doch nur versenken! Oh, das ging irgendwie ins Leere. Bereit zu schießen, Kämpfer? Oh, jetzt aber! Ja, Mann! Jetzt will ich aber richtig schön Sachen bekommen. Dom, 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 Dom! Kann ich mir das immer noch angucken? Ne. Äh, ah, jetzt würde ich sagen, hä? Wo bleibt denn das Enter-Symbol? Ja, mein Schiff könnte echt ein bisschen größer sein. Das finde ich so ein bisschen blöd. Bup! Ja, kacke. Das ist ein bisschen blöd so. Aber ich konnte vier Stück killen. Das ist gut. Das ist gut. Was? Wer erzählt euch so einen Schwachsinn denn? Ich will den ganzen Scheiß gar nicht. Geh weg! Flup, 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 flup. Einfach mal durchlaufen. Oh, jetzt hat mich einer von meinen Kompatres geblockt. Das geht ja gar nicht. Au! Ich hasse dich. Na, los, stirb jetzt. Los, ja, komm! Du weicher, ey! Ihr habt keine Chance gegen mich. Aua! Oder doch? Nein! Hat er nicht! Nicht! Das ist süß für einer. Achso, du bist ein schneller. Ein schnellerer Tod bist du. Boah! Ich wollte mich schon dann wundern, wieso das Schwierigkeitsstufe vier hat. Bei diesen drei Bubis. Oh, nice! Thema Metall, ne? Hat sich abgehakt. Reparieren brauchen wir uns nicht. Oh, den kann ich in die... Ne, den will ich nicht. Der ist ja ein Verräter. Da repariere ich mich lieber. Oh, bei den Stufe 75ern, wenn ich die als... Oh, dann würden die so alles wegballern und so... Oh, oh! Oh! Das wäre cool. Dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain! Ja, man! Können wir mal kurz gucken, was haben wir denn jetzt so alles? Oh, 700 Stoff, 550 Holz. Also, zu dem einen Upgrade, da haben wir, ähm, brauchen wir 750 Holz. Oh, und 600 Metall haben wir. Nice! Können wir mal kurz gucken. Auf jeden Fall fehlt uns noch um Unmengen an Geld. Ne? Ja. Ja, 30.000 brauchen wir. Ja, und Rum und, äh, Zucker haben wir nicht so viel. Da brauchen wir noch eine Menge. Ne? Und, äh, 500 Metall, ne? Ich will ja nach dem Ausbau das auch nochmal ausbauen, ne? Aber wir finden uns noch mindestens 300 Metall. Oh, gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Mösser wäre, äh, wäre man, ähm, eine Weiterung vielleicht wert. Ja, das ist ja Lager. Und hier, bei den Partnern, oh, ne. Achso, da brauche ich, stimmt, ja, da brauchte ich ja den Plan. Ah, okay. Also, na, uns fehlen nur noch 300 Metall. Und 200 Holz. Und, vor allem, äh, fehlen uns Geld. 16.000. Ah, das geht ja eigentlich. Das könnt ihr sogar schon machen. Mal, mache ich jetzt aber nicht, äh, wir machen das halt schön in einem. Einfach, falls dann cooler ist. 12.000. 18.000 fehlen uns noch. Ne, Quatsch. 28.000. So, wird ein Schuh draus. Ne, und dann kümmern wir uns nach und nach dann auch ums Aussehen. Da haben wir bestimmt auch richtig coole Sachen freigeschaltet. Gehen wir jetzt mal auf die Karte. Ne, und die ganzen Sachen hier, die machen wir ja dann auch. Ausgeben werde ich dann hier schon mal so gut wie möglich die ganzen Sachen... Moment. Moment. Oh. Der hat zwei Aufträge. Ah, das ist schlecht. Ich wollte ja, ich war, ich war jetzt hier schon voll im Endmodus und so und dann... Ja, wir gucken aber, wir gucken zumindest, was er will. Wenn wir sagen, okay, schaffen wir, dann machen wir das noch. Wenn nicht, dann nicht. Nein, machen wir es in der nächsten. Müsst ihr abtauchen. Eine persönliche Angelegenheit. Nein, ich will nicht abtauchen. Schwierigkeit Stufe 4 schon wieder. Seid gegrüßt, Freibeute. Ein tapferer Landsmann. Und eng, enger... Ne, oh, ich bin wieder so gut drauf. Enger, persönlicher Freund ist es. Einen verruchten britischen Kapitän zum Opfer gefallen. Versenkt sein Schiff, die HMS, die Feint und alle, die diesen Malung zur Seite stehen. Und erzeichnet Milow und Grable, bla, 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 bla. Ich nehme einfach mal an. Ich sehe gleich in der Nähe. Ja. Ah. Okay, dann machen wir es doch einfach mal in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.